Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich in meine alte Heimat Baden-Baden mal wiederkommen darf. Ich habe nämlich hier vor 21 Jahren meinen jetzigen Ehemann am Bahnhof zum ersten Mal gesehen, nachdem ich eine Zeitungsannonce in der FAZ aufgegeben habe, auf die er sich gemeldet hat. Also noch so richtig oldschoolmäßig und ein Jahr später, müssen wir mal gucken, dass wir die Präsentation noch kriegen. Ich bin heute schon etwas eher angereist und bin durch die Lichtenthaler Allee gegangen und bin dann auch an dem Theater vorbeigekommen. Dort habe ich dann vor 20 Jahren standesamtlich geheiratet und dann in der evangelischen Stadtkirche, danach auch noch kirchlich. Ja, und bei mir war das so, dass hier die Liebe angefangen hat. Und jetzt komme ich nach 20 Jahren wieder und spreche über Sex, mehr über Sex als über Liebe. Normalerweise ist das ja eher umgekehrt. Da fängt man mit Sex an und irgendwann entwickelt sich das zur Liebe. Aber irgendwie ist das jetzt sowohl anscheinend so eine Schicksalsgeschichte. Eigentlich wäre ich hier sowieso im Juli, unserem Hochzeitstag, wiedergekommen. Mein Mann hat uns schon irgendwo einquartiert hier im Hotel. Von daher, ich finde es hier wunderbar und erinnere mich, ich bin da so an der O's entlang gegangen und ich erinnere mich so, so Déjà-vu-artig oder man könnte vielleicht eher sagen im Rahmen von Flashbacks, weil das ist ja tatsächlich passiert, so an diese romantische Zeit des Kennenlernens und diese romantischen Abende am Merkur, wo wir hier so auf Baden-Baden geschaut haben und wie wir im Elsass dann immer Flammkuchen gegessen haben. Das ist irgendwie eine schöne Erinnerung. Jetzt bin ich auch schon 20 Jahre älter geworden. Die Ehe ist auch schon in die Zeit gekommen und ich gehöre zu den Babyboomer-Kindern und ich gucke jetzt hier einfach mal so rum. Ich sehe, hier sind auch nicht die ganzen Youngsters, sondern auch schon so ein bisschen in die Zeit gekommen. In Paare vielleicht, ich habe sie vorhin schon gesehen, 40 Jahre zusammen. Das ist eine super Leistung und wie mir, so geht es auch anderen Paaren. Und jetzt gibt es einen Szenenwechsel. Susanne und Bernd, die sind auch so ein paar ins Jahr, in die Jahre gekommen und so ein Highlight für die ist, Sonntagsabends Tatort zu schauen. Ich würde jetzt beim jüngeren Publikum sagen, so eine Serie auf Netflix, aber das können sich jetzt hier die meisten vorstellen, so das Highlight des Sonntagsabends, man schaut gemeinsam Tatort. Und nach dem Tatort verabschiedet sich die Frau ganz müde ins Bett und sagt, oh, ich bin schon so müde, rechne heute nicht mit mir. Morgen muss ich wieder früh raus. Und geht gähnend ins Schlafzimmer. Der Mann wiederum, der nutzt seine Chance und verschwindet ins Arbeitszimmer und sagt, du, das macht überhaupt nichts, weil ich muss so ein bisschen an der Präsentation für morgen schrauben, noch ein paar E-Mails checken. Und sobald beide sich unbeobachtet fühlen, widmen sie sich dem eigentlichen Höhepunkt des Abends. Der Mann checkt die ein oder andere E-Mail und switcht dann relativ schnell, auf seine favorisierten Porno- und Sexheiten. Was er nicht weiß, ist, dass die Frau zeit-synchron mit dem Sextoy ihrer Wahl im Schlafzimmer sich verlügt, was sie innerhalb von wenigen Minuten orgastisch dahinschmerzen lässt. Beide schlafen tiefenentspannt vor Mitternacht ein. Wenn sie glauben, dass das selten ist in unserem Lande, dann muss ich sie leider enttäuschen. Das ist heute durchaus Alltag. Lustlosigkeit ist eines der Themen in meiner Praxis für Paar- und Sexualtherapie. Und wenn man sich diese Lustlosigkeit mal genauer anschaut, dann stellt man schnell fest, das ist keine generelle Lustlosigkeit, sondern so eine partnerbezogene Lustlosigkeit. Und wer kennt das nicht? Da hat man einen Partner, den hat man halt schon 40 Jahre im Zweifelsfall oder 20 Jahre wie bei mir. Und dann legt es sich so über die Lust der Alltag. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten, heute jedenfalls im Vergleich zu früher, sich alternativ zu vergnügen. Gesprochen wird darüber weniger, man möchte den Partner ja nicht nachhaltig irritieren oder vielleicht sogar irgendwie kränken. Es ist jedoch gewiss, die Anzahl von Orgasmen ohne Partner, zumindest ohne verbindlichen Partner, die haben in den letzten Jahren rasant zugenommen. Und ich glaube, wenn ich so in meine Praxis gucke, dass doch einige, die so vorgehen, immer so overworked zu sein und under-fucked, vielleicht heute eher ein wenig oversetzt sind und dadurch bedingt under-worked. Ich glaube, so manche Student hat einige Semester, die er dranhängt, weil er halt nicht immer nur studiert, sondern vielleicht auch etwas anderes macht. Und guckt man sich, wie gesagt, diese Lustlosigkeit näher an, ist es oftmals keine allgemeine, sondern eine partnerbezogene. Und das liegt unter anderem an dem sogenannten Coolidge-Effekt. Ich weiß nicht, ob den hier schon mal von dem Coolidge-Effekt schon mal jemand gehört. Dazu eine Geschichte. Das war, Calvin Coolidge war ein US-amerikanischer Präsident, der vor 100 Jahren mit seiner Gattin Grace eine Hühnerfarm besuchte. Und nach einer getrennten Führung kam seine Frau ganz aufgeregt auf ihn und sagte, Calvin, stell dir vor, der Hahn treibt bis zu zwölfmal am Tag. Daraufhin soll der Gatte gesagt haben, oder der Coolidge, aber Grace, mein Schatz, nicht immer mit derselben Henne. Sexueller Überbruch, Nachlassen der sexuellen Funktion, das ist ein Phänomen, das kennen wir aus dem Tierreich, aber dummerweise tritt das auch für uns Menschen zu. Und das ist ja auch irgendwie ein Konflikt, Liebe braucht Nähe und Sexualität braucht Abstand. Wir sehen uns nach dem Angekommensein, dem Gesehenwerden, diesen Coming-Home-Nähe, Vertrauten. Und dann sehen wir uns nach Abenteuer, Aufregung, Neuigkeit, eben das Ganze, so ein bisschen bunte Vielfalt, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich möchte jetzt ganz gerne mit Ihnen einen kleinen Test machen, ein bisschen interaktiv, also wer mitmachen möchte, das dauert nur so zwei Minuten, würde ich mal sagen, würde ich jetzt mal kurz die Augen schließen, so wie ich, und ich möchte Sie einladen an die schönste Nebensache der Welt zu denken an Sex. Und seien Sie einmal neugierig, was für Bilder da auftauchen vor Ihrem inneren Auge. Genau, und was diese Bilder mit Ihnen machen. Und welche Gefühle auftauchen. Und welche Gefühle und Bilder, die sich so ineinander vermischen, was das mit Ihnen macht. Und jetzt können Sie die Augen wieder öffnen. Und ich denke mal, die wenigsten haben gerade an den Akt der Fortpflanzung gedacht. Also an die Zeugung eines Kindes, den biologischen Akt der Sexualität. Vielleicht schon ein paar mehr, ans Liebe machen, den Sex, den verbindlichen Beziehungen. Aber wir brauchen es ja nicht erzählen, vielleicht die überwiegende, der überwiegende Anteil hat vielleicht an eher aufregenden Sex gedacht. Der mit diesem Abenteuer, Aufregung, Leidenschaft, mit diesem Grideln im Bauch einhergeht. Wenn wir uns die Sexualität anschauen, dann haben wir drei Säulen. Fortpflanzung, Liebe und Triebe, so nenne ich sie mal. Das romantische Liebesideal, das sieht eine Person für alle drei Säulen vor. Nun hatten wir in der sexuellen Revolution vor gut 50 Jahren, hat sich die Fortpflanzung von der Sexualität schon mal etwas verabschiedet, dadurch, dass die Pille eingeführt wurde und dadurch, dass die Abtreibung strafbar war. Die sexuelle Revolution kam ja sehr laut daher. Ja, einmal mit der, zweimal mit der gleichen Pente, der gehört schon zum Establishment, mein Bauch gehört mir, oder make love not war, waren damals so die Aussprüche. Das war erstmal eine Riesenbefreiung, weil dieses Damoklesschwert einer unfreiwilligen Schwangerschaft nicht mehr bestand. Was heute passiert ist, ist, dass die Triebe sich autonomisieren. Die standen ja immer schon in einem etwas Spannungsverhältnis zur Liebe, die ja Nähe braucht und die Triebe brauchen Abstand. Aber heute ist der Sog nach draußen um ein Vielfaches mehr geworden, als noch damals in der Zeit, als ich meinen Mann kennengelernt habe, sagen wir es mal so. Ja, es gab natürlich immer schon Affären, es gab schon Pornografie, selbst in Steinzeithöhlen, es gab schon Sexarbeit, aber das gab es halt nicht digital und auch alles in homöopathischen Dosen. Heute laufen Pornos 24 Stunden am Tag mit dem abenteuerlichsten Genre und Pornografie ist mittlerweile so interaktiv, dass man schon gar nicht mehr richtig entscheiden kann, wo fängt Pornografie auf und wo fängt Sex an, weil ich interaktiv mit entsprechenden Sex-Toys, über VR-Welten, mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Heute kann ich in Timbuktu sitzen und mit jemandem am Nordpol Sex haben. Ich kann beim Casual Sex über unendlich viele Dating-Portale oder Apps über GPS-Ordnungen mit potenziellen guten Sexualpartnern in Kontakt kommen und dann kann ich mein sexuelles Profil mit dem von dem zukünftigen oder dem Casual Sex Partner oder dem käuflichen Sex Partner matchen und ich kann relativ zügig mir einen Model One buchen und dann auch zur Sache schreiten oder auch das ganze Rotlicht hat sich mittlerweile ins Netz verzogen. Also das sind wahnsinnig viele starke Reize und der Sex Traffic kann man sagen hat sich in die Datenautobahnen des Internets verzogen und führen zu einer weiteren Verkehrsberuhigung innerhalb der Partnerschaft. Vorsichtig formulieren. So, verändert sich da Ups, ich muss das noch lernen. Verändert sich da das einstige Make Love Not War nicht heute in ein Make Sex Not Love und was passiert eigentlich mit der Liebe in diesen digitalen Zeiten. Wir machen jetzt mal eine kleine Abfrage. Ich würde gerne das, was neu ist, erst mal mit Ihnen besprechen, vielleicht auch noch ein bisschen zu der Agenda. Ich würde jetzt gerne erst noch mal darauf eingehen, was hat sich verändert durch über Pornografie, Casual Sex, Sexarbeit, was sind diese neuen Phänomene. Dann würde ich ganz gerne aus meinem Klinikalltag Vorbeispiele bringen. Ich habe eine Schwerpunktpraxis für Paar- und Sexualtherapie zuvor in Stuttgart, jetzt seit fast vier Jahren in München, in Großstadt, privatärztliche Praxis und ich sehe, dass sich da bestimmte Symptome und Krankheitsfälle oder Leidensdruck von Klienten deutlich verändert hat in den letzten 15 Jahren. Und dann möchte ich in dem letzten Abschnitt über therapeutische Interventionen sprechen, was man damit machen kann. Aber jetzt möchte ich ganz gerne erst mal eine kurze Abfrage machen hier im Saal. Und zwar, wer guckt denn so regelmäßig Pornografie, so mehrmals in der Woche, manchmal vielleicht auch ein-, zweimal am Tag, einfach mal ein Handzeichen. Ich wusste, ich wusste, dass es hier nicht klappt, es klappt meistens nicht mit dem Handzeichen, deswegen summen wir uns jetzt ein. Ich kriege jetzt einmal von Ihnen ein-, ich kriege jetzt einmal ein-, es ist jetzt nicht, also jetzt geht's, erst mal nur so ein bisschen Stimme freimachen, ein kräftiges-, mhm- okay. Wer hat denn schon mal Pornografie überhaupt im Leben geschaut? Das ist so eine Einstiegsfrage. Nein, nein, hier ist nicht mehr Weg. Hier ist nicht mehr Weg. Jetzt sind wir beim Summen. Transferarbeit. Wir summen uns jetzt ein-, also jetzt noch mal ein kräftiges-, es müsste jetzt ein kräftiges, mhm- komm. Hm, wer hat denn schon mal in Pornografie geschaut? Hm, oder wer kennt jemanden, der schon mal in Pornografie geschaut hat? Wir können auch, das ist doch einfach zu sagen, wer kennt den Patienten, die damit Schwierigkeiten haben? Hm, oder wer kennt den, wer würde, wen würde es denn interessieren, wer kennt jemanden, wo er, wenn er die Chance hätte, es ehrlich zu erfahren, wie die, wie oft die oder derjenige schaut? Wer kennt so jemanden, was ihn interessieren würde, mal hinzugucken, wenn es denn eine ehrliche Antwort gäbe, was er schaut und wie viel er schaut oder so? Hm, kennt jemand jemanden, wo es ihn mal interessieren würde? Keiner? Niemand? Sie sprechen ganz offen wahrscheinlich darüber, oder? So, okay, gut. Hat die, die regelmäßiger schauen, schon mal jemand versucht aufzuhören und hat festgestellt, dass es ganz schön schwierig ist? Nee. Okay. Wer kennt denn so Portale wie X-Hamster, Pornhub, X, XN oder X-Videos, U-Porn, Live-Jasmin? Hm. Also es ist nicht repräsentativ, wir müssen jetzt mal Zahlen, Daten und Fakten befragen, oder wir müssen jetzt einfach mal bei Zahlen, Daten und Fakten schauen. So, die Top 30 Webseiten in Deutschland, also das sind so die ersten 10, das ist sowas wie Wikipedia und Google und Ebay und Facebook, also große Webseiten, die sehr oft angeklickt werden. Wir haben schon mal auf Platz 10 X-Hamster, denn je nachdem, was man fragt, das einmal ist Similar Web, das andere ist Alexa, also recht hoch, 10 oder 13 X-Hamster, Pornhub, Platz 13 oder 20, XNXX, X-Videos, Live-Jasmin, das sind Webcams, da kann man dann auch entsprechend interaktiv mit dem Gegenüber werden, also es ist auch auf dem weltweiten Rank. Eben eine Webseite, die sehr, sehr hoch ist und da weiß man dann auch manchmal, was die Menschen, vor allem am Abend, im Arbeitsplatz machen, weil es etwas verkehrsberuhiger in der Partnerschaft auch schon geworden ist. So, und das Interessante ist, Pornhub gibt seit 2013 Statistiken raus, X-Hamster zieht jetzt langsam nach und das ist sehr interessant, um mal zu gucken, was denn so geschaut wird. Also es wird extrem viel geschaut und wenig darüber gesprochen und ganz wenig gesummt, vor allem unter Therapeutenkreisen, das habe ich immer wieder schon festgestellt. So, Pornhub, das ist wie gesagt diese Seite, die wurde 2007 von Fabian Thömann, das ist ein Deutscher aus Aachen, der hat ein riesen Imperium aufgebaut und hat das für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag vor einigen Jahren verkauft. Das ist eine von den Seiten. Und seit 2013 machen die Statistiken über das Userverhalten, sie haben auch Videos in HD-Qualität, dann kamen weiterhin, 2015 kam dann eine Premium-Mitgliedschaft dazu, also in so Orten wie Petting, Fucking oder Bitch in Österreich, Deutschland, Schweiz. Also alles so anrüchige Orte, kriegt man eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft, zum Beispiel. Also die fallen immer oft über besondere Werbegeschichten auf. Also die haben zum Beispiel das Wang Band erfunden, das ist so ein Armband, so ein Wearable. Und wenn man diese Bewegung macht, kann man darüber Energie machen, ja. Und dann machen die solche Werbungsgeschichten wie, to create clean energy with dirty manpower oder so etwas. Solche Sprüche werden dann entsprechend gebracht. Oder die wollten den ersten Sexfilm im Weltall drehen. Oder die machen so Spendeaktionen, dass sie die Krebshilfe unterstützen, bei dem jeden Zehnten oder was weiß ich, jedem so und so fielten Video mit großen Brüsten, was angeklickt wird, wird immer die Summe X für die Krebsspende verwendet. Also ganz spannend vom Marketing her, aber die Zahlen, Daten und Fakten, die kommen nämlich immer einmal im Jahr raus. Und manchmal auch länderspezifische Auswertungen, die sorgen immer für einiges an Furore, weil man sich so vergleichen kann mit den Ländern. So, dann gucken wir, das ist ja nur ein Portal von vielen. So, das sind die häufigsten Kategorien, die auf der Welt angeklickt werden. Und das ist Deutschland. Hier stellen wir einmal fest, dass die reiferen Frauen im Vergleich zu den Teens und Babes irgendwie stärker angeklickt werden. Also ein Hang zu MILF, das ist Mother I would like to fuck oder GILFs wäre dann noch etwas, so wie Grand Mother I would like to fuck. Die sind jetzt hier nicht mehr aufgeführt, aber MILFs Major oder Stepmom oder MILF auch in Deutschland kommt noch vor den Teens. Und dann stellt man fest, also bei Deutschland irgendwie den Hang zu deutscher Sprache. Ich frage mich immer, also sehr viel gesprochen wird ja nicht. Aber irgendwie gucken die Deutschen lieber so unter in ihrem eigenen Genre. Und dann fällt natürlich auch, es gibt so den Hang auch bei der Pornografie. Und da kann man uns drüber unterhalten, ob es eine Verhaltenssucht ist oder ob es eine zwanghafte Störung ist. Die WHO hat es jetzt unter zwanghafter Störung klassifiziert. Unter einer Impulskontrollstörung, aber das hat sie auch beim pathologischen Spiel gemacht. Und ein paar hundert Studien weiter hat sie es als Verhaltenssucht anerkannt. Ich schätze, dass es auch bei der Porn- und Sexsucht oder zwanghaften sexuellen Störung genau den gleichen Weg gehen wird. Das ebnet jetzt den Weg, dadurch, dass es in dem Katalog, in dem ICD-11 mit aufgenommen wurde, letztes Jahr im Juli, als der online gestellt wurde von der WHO. Sie ebnet den Weg, Forschungstätigkeiten besser zu machen, die Leute auch tatsächlich zu diagnostizieren und zu therapieren. Und ich gehe davon aus, dass es dann auch als Verhaltenssucht anerkannt wird. Aber wir kennen dort auch Toleranzentwicklung, Dosissteigerung. Und jetzt sind wir natürlich hier bei diesen Sachen. Hentai, ich weiß nicht, wer das kennt, das kommt aus dem asiatischen Bereich, aus Japan. Das ist, da kann man alles das abbilden, was man real halt nicht abbilden kann. Sex mit Monstern, Sex mit Tentakeln, da werden spezielle Comic-Figuren agierender. Also da ist, also das ist bei den Jugendlichen extrem beliebt. Wir haben aber auch hier sowas wie Creepy, das ist normalerweise Compilation. Also da sieht man nur kurze Sequenzen, wie jemand abspritzt oder, also bestimmte Reitsequenzen, die das stärkste Erregungspotenzial haben, immer einander gehängt. Das ist natürlich so etwas wie die Dosissteigerung oder wir haben hier Gangbang. Wir haben aber auch, mal gucken, habe ich das noch? Ne, habe ich nicht. Wir haben hier zum Beispiel, das sind die Top-Kategorien, die im letzten Jahr hochgegangen sind. Da haben wir Pissing, Fetisch, Feed, Bondage und Anal. Und auch Anal ist auf der Kategorie Deutsche, das ist die am meisten angeklickte Kategorie. Ich erinnere mich noch an meine eigene Jugend. Ich glaube, ich wäre umgefallen, wenn mein erster Freund mich angesprochen hätte, ob wir das nicht Anal machen könnten. Heute scheint das doch eher eine ganz gängige Praxis zu sein, weil man sieht es überall. Und wenn man das sich jetzt mal anschaut in dem weltweiten Vergleich, das ist mal die Weltkarte ein bisschen anders dargestellt, dann sieht man die Top-Kategorien. Hentai im asiatischen Bereich, Südamerika, Nordamerika sind eher lesbisch orientiert. Und wir haben dann hier so diese Bereiche Deutschland, Anal. Dann hier gibt es noch ein paar andere Länder. Und dann gibt es auch welche, die dann eher so unter sich auch gucken. Dann gucken wir mal, wer guckt eigentlich. Vom Gender sind es ein Viertel mittlerweile Frauen, drei Viertel Männer. Die Quote an Frauen, die Prozentzahl von Frauen steigt kontinuierlich. Die meisten schauen mittlerweile mit dem Tablet. Und hier sieht man mal Alter-Range 37 im Durchschnitt. Aber hier fehlen natürlich viele. Hier fängt es bei 18 an. Die Kinder gucken ab dem 11. Lebensjahr. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wenn die Kinder von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 kommen. Meine Tochter ist jetzt, ich habe noch eine kleine Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse. Die fragt mich natürlich schon und sagt, Fiona hat schon ein Smartphone. Wann kriegt sie denn ein Smartphone? Und ich werde mir mal ein Fotoapparat geschenkt, dann kann ich damit auch telefonieren, kann ich damit auch ins Internet. Nein, kannst du nicht. Und immer wieder fragt sie danach. Unser Sohn, der hat natürlich, er ist schon 17, der hat natürlich ein Smartphone. Und die Toilettenzeiten wurden immer länger. Ich habe mir gedacht, was ist ja bei WLAN gibt es bei uns auf der Toilette im Kinderzimmer, gibt es kein WLAN. Das wurde immer länger, sehr auffällig. Also das ist zumindest ein Bereich, da kommen noch die ganzen 11- bis 18-Jährigen dazu. Aber das ist erstmal, sagen wir mal so, das geht auch 8%, 65+, ich weiß nicht. Aber es ist schon mal ganz interessant. Wie viel Zeit verbraucht denn so der typische User auf Pornhub? Weltweit sind wir bei 10,13 Sekunden und Deutschland liegt mit 9,57 Sekunden unterm Durchschnitt. Und auch das ist immer ganz interessant. Und das ist von X-Hamster mal ein Report, wie der Anteil von Frauen immer mehr zunimmt. Also wir sind, bis 2016 haben die angefangen, diese entsprechenden Statistiken rauszugeben. 2018 waren wir bei 28% und 2019 bei 30% wird jetzt erstmal angenommen. Also das steigt stetig. Frauen rüsten danach. So, weltweit häufiger von Frauen besucht, finde ich auch ganz interessant. Da gibt es erstmal diese Soft-Bereiche. Liebe Männer, wenn Sie wissen wollen, was Frauen mögen, schauen Sie in diesen Bereich. Da gibt es also die Fraktion eher der Soften. Kunilingus, Solomail, da sieht man auch manchmal die Gesichtszüge, ansonsten sieht man immer nur die Penisse. Lesbischer Sex, romantisch, Fingerring und so weiter. Dann gibt es aber auch im Bereich Double Penetration, Hardcore, Rough Sex, Brutal Sex, das, was von Frauen besucht wird. Da sind wir wieder bei diesem Bereich Toleranzentwicklung, Dosissteigerung oder auch Aggressivität. Man hat mal in der Studie ausgewertet, wie viel Aggressivität ist eigentlich in Pornos. Verbal oder eben auch dann auch in der Interaktion, vor allen Dingen gegen Frauen, sind auch ein sehr, sehr hoher Anteil von Pornografie. Aber das braucht man vielleicht auch im Rahmen der Dosissteuerung. Man muss immer wieder was Stärkeres sein. Irgendwann wundert man sich, sagt sich, na mei, warum muss ich denn immer so eine Triple Penetration mit einem Gangbang und was weiß ich anschauen. Das würde ich doch gar nicht mehr irgendwie, also erleben möchte ich es nicht und meine Tochter möchte ich es nicht, aber anschauen tue ich es mir. Also das ist ja ganz langsam, es geht über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dass sich bestimmte sexuelle Skripte verändern. Und auf einmal findet man sich in einem Genre, wo man so sagt, wie bin ich da nur hingekommen? Genau, das sind diese, fangen wir mal auf die andere Seite. Und dann schaut man sich, also die klassischen Zeiten, wenn Pornos geschaut werden, und da sieht man, Doppelgrün, das ist so, ab 22 Uhr geht es los. Das sind die, die Nachtarbeiter, sage ich immer so. Freitag ist der Tag, wo am wenigsten geschaut wird. Sonntag ist der Tag, wo am meisten geschaut wird. Da hat man dann auch schon wieder so ein bisschen Entzugserscheinungen. Freitag, da geht man vielleicht noch mit dem Partner oder mit der Partnerin nochmal zum Italiener oder hat vielleicht noch was Sex. Aber am Sonntag muss dann schon wieder nochmal ein bisschen geschaut werden. Und dann sagen, ja, in der Nacht geht es dann runter. Da schauen dann wirklich nur noch die, zumindest bei mir, die den Scheiter wirklich nicht mehr auskriegen. Aber dann eben schon so als Belohnung. Morgens fängt es an, aber eben so als Belohnung, wenn man vielleicht von der Arbeit etwas früher nach Hause kommt. Oder manche schauen ja auch auf den Toiletten. Das geht ja relativ schnell mit dem Smartphone. Oder dann nach 22 Uhr, wie gesagt, ist dann immer so High Season. Und wenn man sich nur mal anschaut im Pornhub, und das ist wie gesagt nur eins von vielen Portalen, dann haben wir pro Stunde haben wir 12,5 Millionen Videos, die angesehen werden. 3,8 Millionen Besucher. 3,5 Millionen Suchanfragen. 16.200 bewertete Videos, 463 Terabyte, das ist 10 hoch 12, ja, das ist eine große Menge an Daten. Und 720 neue Videos sind eingestellt worden, das sind schon wieder 120 Stunden Inhalt. Das ist eine von vielen Seiten. Also Pornos wird wahnsinnig viel geschaut und wenig drüber gesprochen. Hatte ich ja schon. Genau. So, und interessant ist, die haben ja irgendwie kapiert jetzt, Pornhub macht diese Statistiken, jetzt hauen die auch solche Dinge raus. Die haben gesagt zum Beispiel, macht denn Pornografie bisexuell. Interessant ist, je häufiger man Pornos schaut, je häufiger man masturbiert, umso höher schätzt man sich selber als bisexuell ein. Pornos verändern unsere sexuellen Skripte und verändern auch das, wie wir uns selber darstellen oder wie flexibel wir in der Sexualität sind, ja. Der Anteil ist, wenn man nur einmal in der Woche schaut, ist man bei 13,09%, macht man several times a day, also mehrmals am Tag liegt man schon bei einem guten Vettel, wo man sich selber als bisexuell einschätzt. Soviel zu der Pornografie. Dann haben wir die ganzen Casual-Sex-Börsen. Also Casual-Sex heißt, ich suche niemanden, wo ich jetzt eine Beziehung haben möchte, den ich heiraten möchte, mit dem ich alt werden möchte, sondern ich suche für irgendwelche sexuellen, unvermündlichen Vorlieben, entsprechend in Portalen oder eben entsprechend in Apps. Ich habe dann im Rahmen meiner Buchrecherche mal geschaut, bei den fünf großen Börsen und Apps, wie viele Mitglieder, aktive Mitglieder angegeben wurden. Also das sind alleine bei C-Day, Joy Club, Poppen, Love Scout, Secret oder Persevers, Love Points sind es 15 Millionen und bei dem Tinder, das kennen die meisten, aber bei Du, LaRue, Joy, Undercover und Suisse 10 Millionen. Also es sind viele. Und auch da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Leute, also das ist jetzt schon wirklich old-fashioned mit meiner Anzeige in der FAZ. Ich frage dann immer, wenn ich sage, ja, wo haben Sie sich kennengelernt? Also früher hat man dann eher so gesagt, ja, in so einem Portal heute sage ich, was? Beim Tanz in den Mai? Also das ist dann immer, ich sage, auf welcher Phase haben Sie sich kennengelernt? Und so, das kriege ich immer schon so ein bisschen raus. Ja, ich meine, es sind alles Menschen dahinter. Und ja, Tinder ist schnelllebig, aber Tinder kann genauso zu einer Beziehung führen, die eben auch über viele, viele Jahre hält. Und es gibt viele Mogelpackungen, auch bei Elite-Partner und bei Paar-Chefen. Also man muss sich strategisch positionieren. Aber Dating geht heute übers Internet und es ist halt ganz einfach. Man kann aus der heimischen Komfortzone Partner ohne Schwierigkeiten finden. Da kann der eigene Partner auf dem Sofa beim Tatort daneben sitzen und man kann ihn online betrügen oder im Bett. Ja, aber man kann heute auch alles Mögliche ausmachen. Partnerschaften verändern ihre Strukturen, werden flexibler. Es gibt geöffnete Partnerschaften, Polyamori, Hausfreund. Also es gibt ja die abenteuerlichsten Konstellationen. Man muss es halt verhandelt haben. Und die Technik mag es möglich, aber die Technik ist auch zugleich Fallstrick. Und das ist ziemlich hart, wenn man natürlich dann den WhatsApp-Verlauf oder ich habe das gerade bei einer Patientin, die hat halt diesen Goldstatus-Freier-Account von ihrem Mann geknackt und hat dann halt über die letzten acht Jahre die Bewertung, das ist so wie bei Ebay von den Prostituierten ihres Mannes. Und er hat den auch bewertet. Ja, und dann kann man sich da so hochrenken wie bei Ebay, dass man halt ein vertrauenswürdiger, Freier ist. Das ist also schon schmerzhaft, wenn man dann das so tatsächlich mal so live mitbekommt. So, dann haben wir den Bereich Prostitution. Ich habe selber ein Profil aufgemacht in kaufmich.de. Das hat mich zehn Minuten gekostet. Dann hatte ich ein Profil, nach einer halben Stunde hatte ich das erste Angebot. Allerdings habe ich mich als 24-jährige Psychologiestudentin ausgegeben. Für ein einstündiges Autodate für 250 Euro. Also das war das erste Angebot, das hatte ich nach einer halben Stunde. Also Prostitution, wir kennen keine genauen Zahlen. Es schwirrt in den Medien immer diese 400.000 Prostituierte eine Million Freier rum. Das hat jemand vom Statistischen Bundesamt, mit dem ich auch gesprochen habe, der hat das mal irgendwann rausgegeben und seitdem wird es zitiert. Wir haben jetzt Prostitutionsschutzgesetz seit Juli 2017. Und danach hat sich dann Ende 2017 hatten sich 7.000 Prostituierte angemeldet und ungefähr 1.800 Prostitutionsgewerbe. Auch diese Zahl ist nicht realistisch. Die Polizei kommt gar nicht hinterher und so schnell wie ich mir ein Profil aufbauen kann, so schnell kann ich das auch wieder wegmachen. Allein in diesen großen Kaufmilch oder in diesen großen entsprechenden Börsen. Auch jedes Bordell hat mittlerweile eine Online-Seite. Man kann es sich wie im Otto-Katalog früher. Man kann sich die Frauen aussuchen oder auch die Männer. Mehr Frauen natürlich als Männer. Aber es wird wahnsinnig viel Umsatz gemacht. Also das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Seit mal 8 Milliarden, umsatzstraßen, Prostitutionen, Bordelle, ups, das habe ich doppelt, 3,07, Post-Testdienste, sonstige Prostitutionen. Also da kommt einiges zusammen und die Bordellgänger, die sehen so aus wie wir. Also die zumindest zu mir kommen. Man sieht es den Leuten nicht anders. Das sind nicht irgendwelche schäbigen, dreckigen Typen, die am Bahnhofshallen oder so rumhängen. Es gibt gerade ein großer Prozess, der ist in Stuttgart zu Ende gegangen. Von dem Bordellbetreiber, von dem Paradise, der war in allen Talkshows. Und wurde jetzt gerade zu mehreren Jahren Haftstrafe verurteilt, weil er doch Zwangsprostitution oder zumindest in der Nähe zu irgendeiner Rockerbande, die dann entsprechend Nachschub besorgt hat, ihm nachgewiesen werden konnte. Und wie gesagt, das Geldrotlichtmilieu hat sich mittlerweile voll und ganz ins Internet verschoben. Und man kann ganz schnell Kontakte herstellen und die meisten werden ja auch nicht gesehen. Aber manchmal fällt man dann über seine eigenen elektronischen Spuren. So, das ist der Bereich der Prostitution. Aber dann kommen wir noch zu diesem Bereich der Sextoys. Wir haben jetzt auf dem Markt schon sehr spannende Entwicklungen. Früher habe ich meiner Mutter noch ein Massagegerät. Wie gesagt, aus dem Otto-Katalog, da war das immer so auf den Rücken. Und meine Mutter hatte Rückenschmerzen. Und irgendwann lag es dann in der Nachttischschublade. Und als ich jung war, habe ich dann irgendwie den Duschbrausekopf verwendet und habe festgestellt, dass das auch irgendwie ganz nett ist. Aber jetzt hat man natürlich so Magic Ones oder so Womenizer, die mit 200 Hertz die Rezeptoren in der Peripherie ganz schön heftig erregen. Und da kann man auch einen Einkaufszettel schreiben. Man kriegt zwangsweise nach ein, zwei Minuten Orgasmus. So, das ist ein super Reiz. Und das ganze Sextoy-Geschäft hat sich mehr in Richtung Paare und Frauen verschoben. Früher war das so, da ist man mit diesen rosa Samtvorhängen in diese dunklen Kaschemnen gegangen, Beate Uso oder sowas. Und als Frau kam man sich da wirklich gefährdet vor. Man hat schnell Bleibgehen oder so geholt und hat schnell gesehen, dass man wieder draußen ist. Wenn man heute in Fun Factory mal als Mann reingeht, fühlt man sich genauso beschissen und überflüssig vor allen Dingen. Also da steht man mit allen Dildos, mit allen Vibratoren. Die Frauen gehen da mit ihren Freundinnen rein und da steht man genauso hilflos mittlerweile als Mann. Also hat sich, der Markt hat sich da verändert. Und das ist natürlich erstmal ein super befreiendes Gefühl. Man ist eigentlich partnerunabhängig. Also die Frau, die mittlerweile so mit der Handtasche, mit ihrem kleinen Womanizer, sich für eine Entspannung in der Mittagspause einfach mal kurz auf die Toilette geht. In zwei Minuten, wie gesagt, ist das Ding durch. Der Mann, der sagt, was soll ich hier groß Aufwand betreiben, werben und irgendwie, ich hab doch meine Pornografie. Du gehst zum Zumba-Kurs. Ja, viel Spaß, ich arbeite immer, ich mach noch Wetterbericht und Browsen und so. Und dann hat man halt seine Pornografie und so. Ist diese Anfangsszene gar nicht so selten, wie man glaubt, aber gesprochen wird halt wenig drüber. So, und wenn wir über diese Superreize sprechen, dann müssen wir uns auch mal das Belohnungszentrum oder Appetenzzentrum im Gehirn anschauen. Wir haben da ja, einmal haben wir die Willenskraft oder die Steuerung, die ja im Frontalhirn sitzt. Und dann haben wir ja diesen Belohnungskreislauf und das Belohnungszentrum, den Nucleus Appetenz. Das ist alles in den Basalganglähnen angeordnet. Und da sind wir halt den Tieren ähnlicher von der archaischen Entwicklung, so den Trieben entsprechend, sehr tierisch oder so sagt man auch manchmal, oder so geil, also da ist man so im Reizreaktions-Schlüsselreizmodus unterwegs. Und da spricht das Stirnhirn wenig mit. Also ich, für mich, ja, da sagt man auch Kondom, nee, sieht gut aus, nee, nehmen wir mal, lassen wir mal weg oder so, ja, nee, ich will das jetzt unbedingt haben. Und das ist ja auch so, dass das in der Evolution besonders gelohnt wird. Und das spielt Dopamin eine Rolle, also alles, was unser Überleben sichert. Und da sind wir bei der Ernährung und der Sexualität, das ist ganz ähnlich gelagert. Da drücken wir immer kräftig auf diesen Dopamin-Button und das sagt, hey, das ist gut, das ist wichtig, das brauchst du jetzt. Also der, der das größte Steck hat, hat überlebt die Hungerperiode und der halt früher geschaut hat, wann die Nachbarin vielleicht mal besuchbar war oder so, ja, der hat seine Gene weitergegeben. So, mittlerweile steht Ernährung und Sexualität aber im Übermaß zur Verfügung. Und das, was wir in der Ernährung kennen, erleben wir jetzt mit der Sexualität. Und deswegen müssen wir auch nicht nur kognitiv mit den Patienten arbeiten, sondern eben auch in diese unbewussten Anteile. Und ich mache das mit Hypnose, ich werde dazu nachher auch noch ein bisschen was sagen. So, das bin ich mit 12 oder 13. So sahen meine Nachmittage aus. Wir hatten, wir haben gestrickt, ich hatte Gerber und die Mütter hatten dann irgendwie Wein und wir hatten, wenn es gut lief, habe ich Sesamstraße geguckt und dann hatte ich das Krümelmonster. Ich habe das mal von meiner Tochter mit den Keksen meiner Mutter ausgeliehen, musste da mal herhalten für eine kleine Fotosession. Und das sind meine Kinder heute. Das ist meine neunjährige Tochter, mein 17-jähriger Sohn, der mit der Toilette. Ja, und da waren wir in Japan im Urlaub und haben uns auch mal so in VR-Welten begeben, weil unser Sohn da unbedingt hin wollte. Das war schon ganz spannend. Japan ist uns da ein bisschen voraus, in Anführungsstrichen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das in ein paar Jahren auch in Deutschland sein wird. Also da stehen wirklich alle mit dem Smartphone in der U-Bahn, zumindest in Tokio. Und von den Nicht-Verheirateten haben 42% der Männer und 44,2% der Frauen überhaupt gar keine Kontakte zu, also überhaupt noch nicht Sex gehabt, sondern sie hängen alle in den virtuellen Welten. Es gibt Menschen, die heiraten Comicfiguren, die entsprechen also mit irgendwelchen virtuellen Comicfiguren, wo sie eine besondere Beziehung haben. Das ist zwar keine gültige Hochzeit, aber es gibt über Tausende, also mehrere Tausende, die mittlerweile mit so einer Comicfigur verheiratet sind und das auch entsprechend zelebrieren. Das ist das Land der Real-Sex-Dolls. Die gibt es auch in pädophilen Formaten, Exportschlager auch hier. Da kann man sich dann halt die Kinderpuppen oder was auch immer kommen lassen. Und da ist es noch mehr abgekoppelt, wie das, was wir hier schon erleben. Hier ist das noch alles sehr versteckt. So, und wir mussten ihn dann mal in den Saturn-Hansa haben wir ihn entführt. Und meine Tochter war sehr peinlich, weil alle Leute guckten. Ja, wir haben schon mal die VR-Brille aufgesetzt. Aber das sind die Reize, mit denen unsere Kinder heutzutage aufwachsen. Und das ist natürlich im Vergleich zu Herber, Stricken und Sesamstraße, das war damals homeopathisch. Und früher, ich kann mich noch erinnern, da gab es ja immer, schlimmstes Verbot war Fernsehverbot. Heutzutage, also dann war ich junge Mutter und dann habe ich gesagt, meine Kinder gucken gar nicht Fernsehen. Ein bisschen iPad halt. Da war mir das nur nicht so klar, dass das natürlich viel stärkere Reize sind. Und dann kam das Smartphone und so ging es seinen Gang. Und natürlich mache ich mir heute auch Sorgen um meine Kinder und um andere Kinder, wie sie gerade aufwachsen, ohne das Ganze zu verteufeln. Wenn wir mal dahin schauen, wir haben es mit Superreizen zu tun. Und dann gucken wir mal, Conrad Lorenz, der hat bei Vögeln, die so kleine Eier haben, da hat er größere Eier nachgebaut, die so ähnlich aussagen. Und die setzen sich immer auf die größeren Eier und lassen ihre Kleinen, die vergammeln, obwohl da gar kein Vogel rauskommt. Die brüten immer die größeren Eier aus. Das ist so ein tierischer Instinkt, so ein Schlüsselreflex. Das hier ist der australische Prachtkäfer. Es gibt einmal im Jahr einen Egnobel-Nobelpreis. Der wird in Boston-Harvard vergeben und zwar für Forschungsarbeit, die unwürdig ist und wo man erst über lange und später nachdenkt. Und das hat 2011 hat dieses Forscherteam diesen Preis gewonnen. Und zwar hat die erforscht, den Prachtkäfer, der kopuliert nämlich mit Bierflaschen in Australien. Die sehen aus wie große Weibchen, überdimensional, die haben solche Strukturen und die werden halt immer irgendwie weggeschmissen. Und dann stürzen sie sich da drauf und dann fahren die den Penis raus und dann kopulieren die so lange, bis die tot umfallen. Sodass sie gesagt haben, die sind vom Aussterben bedroht, da fliegen dann die Weibchen lang und die bleiben auf der Bierflasche. Und die vernachlässigen alles, die essen nicht mehr, die lassen die Weibchen vorbeifahren, die bleiben auf der Bierflasche. Das ist ein Zuchtbulle auf der Absamenstation. Der darf mal hier hinten schnüppeln und dann muss er auf den Bock und dann wird hier so eine künstliche Vagina rumgelegt. Und dann geht der in so einem Reizreaktionsmodus los. Jetzt frage ich mich natürlich, das ist noch aus dem letzten Jahrtausend. Da sieht man auch, da sieht man auch hier diese VDs. Ist ja, so ein bisschen ist es auch Reizreaktion, ja. Es führt nachher zum Orgasmus, aber es ist halt auch ein Orgasmus aus der Konserve. Da sind wir den Tieren, zumindest in der Sexualität, gar nicht so unterschiedlich. Das ist Betty Boop. Vielleicht kennt ihr noch jemand so. Das war hier auch so große Augen und irgendwie ganz schlanke Taille. Da muss man heutzutage mehrere Rippen sich rausnehmen lassen, wenn man so als Barbie-Puppe so durch die Welt laufen will. Lange Beine. Das war in den 30er Jahren noch so richtig cool, ja. Das ist Hentai. Das sind so Hentai-Sachen. Aber da werden auch alles überzeichnet, ja. Große Augen, dicke Brüste. Man kann, also es ist nur mal so ein kleiner Ausschnitt. Also das wäre sich da, das ist das, die beliebteste Genre für die Jugend, was sie sich anschauen. Das sind Superreize. Das sind Real-Sex-Dolls. Ja, es gibt in Dortmund ein Bordoll. Da kann man sich dann eine halbe Stunde, Stunde Puppen, Sexpuppen, mit seinen Super-Schlüsselreizen. Das sind, also die haben alle, je nachdem, auf was man steht, asiatisch oder so, große Augen, dicken Mund oder so. Das ist so ähnlich wie auf der Absamenstation, eben in dieser Zuchtbullen-Station, ja. Man kann sie penetrieren und alle Services ohne Aufpreis steht da in dem Bordoll. Das gibt es auch in Barcelona schon. Oder wer sich auf ein Modell mal so eingeschwungen hat, der kann sich das ja auch aus Japan bestellen mittlerweile. Wir haben natürlich auch Superreize, wenn wir uns schminken, ja, oder wenn wir Highheels tragen, dann machen wir die Beine länger oder so. Das sind auch Superreize, die wir einsetzen oder Push-Up-BHs. Also ich komme jetzt aus München beim Oktoberfest, also das ist, was da so zur Show getragen wird. Das ist natürlich auch ein Spiel mit Superreizen. Oder eben bei den Prostituierten, die Highheels oder in nackter Haut oder in die Springtanger, wo man eine sexuelle Verfügbarkeit sieht. Und jetzt zum Einschwingen mal ein kleines Video. Vielleicht müssen wir es nochmal laut machen. Wir machen es nochmal von vorne. Wir üben nochmal. Geht das? Wir müssen das nochmal koppeln, oder? Nochmal? Was läuft denn da? Wir kochen noch fünf. Da krieg ich ja direkt Hunger. Mensch, jetzt hab ich das nicht verstanden. Da krieg ich ja direkt Hunger, hab ich gesagt. Das meinte ich nicht, ich meine die Sendung. Warum guckst du dir das an mich an? Weil es meine Lieblingssendung ist. Du kannst schon überhaupt nicht kochen. Na und? Du guckst dir auch Pornos an und kannst trotzdem nicht ficken. Nein, 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 nein. So, das war eine kleine privatärztliche Praxis in Karzen, Stuttgart, gleich neben dem englischen Garten, bezeichnenderweise auch nur in der Paradiesstraße, da kommen sie alle her, die Patienten zu mir kommen. Und ich hab jetzt ungefähr so, ja wahrscheinlich über 50% Porno- und Sexsüchtige bei mir und dann eben auch Paare, die irgendwie mit dieser Thematik auch irgendwo in Kontakt stehen. Und ich sehe in den letzten Jahren oder 15 Jahre, mach ich das schon, also in den letzten 10 Jahren zunehmend, am Anfang hab ich das nicht erkannt richtig. Also am Anfang hab ich gesagt, ja Mensch, sind sie doch liberal, du kannst sie doch mal ein Porno anschauen, ja, du kannst sie doch mal weiterbilden oder sowas. Ich hab die ersten Patienten nicht richtig diagnostiziert, weil ich auch nicht sensibilisiert war. Aber ich hab einfach gedacht, naja, entwickelt sich halt alles weiter, technisch orientiert. So, ne, hab ich aber festgestellt und hab das mal so, hab das in vier großen Bereichen beschrieben, auch in meinem Buch, was sich eigentlich verändert hat. Ich sehe alte sexuelle Funktionsstörungen im neuen Gewand. Ich sehe jetzt junge Männer, die zu mir kommen, 18-Jährige, das fängt ja mit 18 an, aber oftmals schon mit Viagra oder Cialis in der Tasche von Urologen als körperlich gesund diagnostiziert. Die haben wir überhaupt nicht nachgefragt, ob die Porno schauen oder wie Masturbationstechniken sind. Oftmals seit Jahren und mit einem Smartphone entsprechend sozialisiert, sie hat Jahrzehnten eingeschwungenen Masturbationstechniken zu Gangbang und alles. Und das verändert unsere sexuellen Skripte. Das sind starke Reize und wir werden auf Masturbationstechniken zum Teil so stark eingespielt, dass wir das nicht mehr in Partnerschaft ist, diese partnerschaftlichen Reize nicht mehr ausreichend genug sind. Und die kommen natürlich und sagen, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit Cialis hier mit 18 anfange, wie soll denn das jetzt eigentlich weitergehen? Dann habe ich Orgasmusverzögerung oder Orgasmushemmung, das war früher nie ein Thema. Zu mir kamen die Männer mit vorzeitigem Samenerhust, weil die wollten eigentlich immer länger und die, die lange konnten, das war ja toll. Aber jetzt kommen die Partnerinnen, die sagen, meiner wird gar nicht mehr fertig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oral, Anna und am Ende muss er dann immer verkneift er die Augen zu und muss dann immer noch selber Hand anlegen. Was ist denn das? Ja, das ist, äh, es ist quasi im Kommen, Orgasmusverzögerung kann man sagen. Das ist also eine Tendenz, dass die partnerschaftlichen Reize nicht mehr ausreichen. Das geht auch Frauen so, die sich mal auf Pornos, und wir haben ja ein Viertel, also 25% sind die Frage, wenn ich mir mit einem Womanizer die Pornos anschaue. Das ist ein Orgasmus aus der Konserve. Geht super easy. Das hat ja eh noch nicht so richtig geklappt mit dem Penis. Ja, und nicht alle Frauen sind begnadete, vaginale, orgasmusfähige Frauen, sondern die Kledumus spielt meistens eine Rolle, und die wird halt beim Geschlechtsverkehr nicht ausreichend stimuliert. So, und wenn ich mich dann erstmal einrufe da drauf, wird es immer schwieriger, mit einem Partner überhaupt einen Orgasmus zu kriegen. Man kann ja erstmal sagen, das ist ja überhaupt nicht schlimm, man kann das ja partnerschaftlich integrieren in den Sex. Aber es kann natürlich sein, dass der Partner das irgendwie übel nimmt und sagt, du, Mensch, hörst du denn schon mal den Womanizer, ich mach schon mal den Salat oder so, ja. Aber auch als Frau findet man es irgendwie komisch, wenn der Mann gleich am Anfang sagt, du, am besten ist, wenn wir mit Pornos nebenher laufen lassen. Da fühlt der eine oder andere sich halt auch nicht so richtig gemeint. Also Orgasmusverzögerung und die Lustlosigkeit oder Libido-Störung, Appetenzstörung beim partnerschaftlichen Sex. Weil es gibt halt so viele starke Reize da draußen, die natürlich mit den Partnern nicht entsprechend kommuniziert werden. Und früher waren die Frauen lustlos, Migräne, Kinder, stillende Nächte, heute emanzipieren sich die Männer, die aber nicht generell lustlos sind, sondern partnerbezogen, lustlos. So, das sind die alten sexuellen Funktionsstörungen im neuen Gewand. Das hat man auch, ich habe das jetzt gerade, beschreibe ich für die Nervenheilkundenartikel, habe da mal die ganze Literatur-Research gemacht. 2007 hat das Kinsey-Institut pornoinduzierte erectile Dysfunktion erstmalig erwähnt. Und es kam eine ganz zahlreiche Publikationsreihe von wirklich dramatischen Werten. Früher war das unter 30, war das kleiner als 1%. Heute sind das zum Teil zweistellige Prozentbereiche. 20, 30% der jungen Männer, die unter irgendeiner Dysfunktion leiden oder Orgasmusverzögerung oder eben eine Lustlosigkeit. Das hat dramatisch zugenommen. Das ist vielen Urologen aber nicht entweder geläufig oder die thematisieren es nicht und freuen sich über das gute Klientel. Also das hat sich richtig ausgeweitet. Man sieht junge Männer, man kann die einmal durch die ganze Maschinerie hauen und sagen, tja, also sozial ist es eigentlich danach, das sind ein paar gut gemeinte Worte, so werden die wieder ins Leben geschickt. Und dann kommen die halt irgendwann zu mir und sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. Was ist denn da? Warum geht es denn nicht mehr? Und dann frage ich halt sehr explizit nach und dann kommen halt sehr, sehr ausgefallene Masturbationstechniken. Und wenn man irgendwie 1500 Mal so beim Sitzen mit Smartphone, also ich habe jemanden, der dann irgendwie am Waschbecken steht, sich die Brustwarzen stimuliert und dann noch irgendwie eine Nylonstrumpose riecht und noch ein Analpack im Pro. Das geht dann bei einem Partner im Zweifelsfall, wo man noch gar nie irgendwas gemacht hat. Das funktioniert halt so nicht mehr. Das ist dann super peinlich, schamhaft und wird halt auch nicht entsprechend kommuniziert. Und das führt dann dazu, dass es immer mehr in eine Isolation geht. Und dann kommen wir zu den quantitativen Veränderungen. Ich sehe, dass die Schere zwischen den Unberührten und den Promissten immer weiter auseinander geht. Also auf der einen Seite haben wir die, Japan so als Vorreiter, die schon alles gesehen haben, aber überhaupt noch keine Erfahrung mit Partnern haben in richtigen Liebesbeziehungen oder auch in der Bezugnahme, sondern vielleicht käuflicher vereinzelte sexuelle Happenings mit einer Tantra-Massage oder dann gehen sie mal zu einer Prostituierten oder haben irgendein Casual-Sex-Date, aber was nicht richtig glückt. Und die sind in der Isolation gefangen und sagen dann mit 30, oh Mann, ich will ja auch noch Familie, ich will ja noch Kinder, wie geht Ihnen das jetzt mit der Beziehung? Auf der anderen Seite habe ich Patienten, die mit 25 Jahren schon über 100 Paten haben und die sich so durch die Bettentindern, also die hochpromissbar unterwegs sind und die sagen, eigentlich wenn der Schlüpfer fällt, ist das Spiel schon wieder vorbei. Ich sehe immer, wenn ich den Orgasmus habe, dann muss ich immer sehen, dass ich schnell wieder mich vom Acker mache. Meistens weiß ich auch gar nicht den Namen oder sowas und dann geht das schon wieder los. Das sind so bei den quantitativen Veränderungen sowohl bei den Unberührten als auch bei den Promissten kommt der Bereich Porn- und Sexsucht natürlich dann mit rein oder zwanghafte sexuelle Störungen. Da können wir uns drüber, wie gesagt, unterhalten, ob es zwanghaft oder süchtiges Verhalten ist. Und da gibt es halt diesen Symptomenkatalog, obsessive sexuelle Beschäftigung. Also immer wieder habe ich die Bilder, die rufe ich mir ab. Es lässt mich gar nicht mehr loskommen, ich kann mich manchmal auch nicht mehr aufs Studium konzentrieren oder auf die Arbeit konzentrieren. Das Klassische für Sucht ist das, was früher halt gezogen hat. Also früher waren es die Unterwäschekatalogen oder die Pin-Up-Girls und dann jetzt sind es jetzt schon die Gangbangs und die Compilation und die Hentai-Videos und jetzt habe ich schon viel Geld bei Jasmin live gelassen und so weiter. Es geht halt immer weiter ins Extreme. Bisschen zum Kontrollverlust, trotz negativer Konsequenzen. Nämlich die Leute kommen aus fünf Gründen zu mir. Die Partnerschaft, irgendwas ist aufgeflogen und der Partner hebt auf einmal auf, sieht auf einmal, was denn da tatsächlich los war. So wie die eine mit dem Goldfreier-Status oder wie andere, die sich dann mit ihrem eigenen Gatten-Enjoy-Club unterhalten, undercover und sagen, mal gucken, was ich da eigentlich für jemanden an der Seite seit 30 Jahren habe. Solche Fälle habe ich. Und wo dann der sagt, stopp, hier ist, also entweder bist du krank oder auf jeden Fall sind die nicht in der einen Veranstaltung. Ich dachte, wir hätten mal irgendwie definiert, was eine Treue ist. Du weitest das für dich aber sehr weit aus. Berufliche Konsequenzen, ich habe Leute, die den Job verlieren, weil sie halt übergriffig sind, sexuelle, was weiß ich, übergriffige Sachen bei Referendaren machen oder die sich nicht mehr konzentrieren können, weil sie sich immer wieder selbst vergewaltigen, nachts und den Laptop nicht mehr abstellen können. Ich habe Männer, die gucken bis zu 40 Stunden in der Woche. Wohlgemerkt, nehmen einen Ganzzeitjob, promovierte Akademiker, weil die dann eben nicht mehr performen können, richtig, und die dann so richtig binge-mäßig das ganze Wochenende durchschauen. Gesundheit, ich meine, wenn es nicht mehr geht, dann kommen die relativ schnell und dann lesen die auch in den Foren und sagen, ups, das könnte ja mit der Pornografie und meiner Masturbation zusammenhängen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Finanzen, ich habe Klienten, ich habe eher reiches Klientel in München, ich habe Klienten, die verbringen locker fünfstellige Beträge pro Monat durch für käuflichen Sex. Die verhulen ihr ganzes Erbe. Konflikte mit dem Gesetz, wird man denken, ist jetzt eine Seltenheit, ist es aber nicht. Der Klassiker ist, morgens um sieben klingelnd kommt die Polizei und räumt den Laptop und Server auch von Lebenspartnern oder was auch immer alles, technische Equipment wird rausgeholt, weil Missbrauchsmaterial angeschaut wurde oder weil Sex mit Minderjährigen stattgefunden hat oder weil Sex in der Öffentlichkeit irgendwie, also in dieser Dosissteigerung kommen die abenteuerlichsten Geschichten zu Tage. Also das Gesetz kommt auch immer mal wieder ins Spiel. So, das sind die fünf Bereiche und trotz dieser negativen Bereiche können die Leute oftmals nicht aufhören, weil sie einen Kontrollverlust haben. Und das Typische ist, dass auch Begleiterscheinungen sind. Also eine Ängstlichkeit, stärkere Depressivität, Interessensverlust. Wenn man nachfragt und das Leute, die Interessen hatten, die Sport hatten, die Freundeskreis gepflegt haben, die vielleicht auch mal ein frisches Essen sich zubereitet haben und die Nachbarn eingeladen haben und dann sagt man, was hast du jetzt in den letzten Jahren gemacht? Ja, gar nichts mehr, ich bin ganz vereinsam, Isolation. Oftmals haben die ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl. Es sind auch den Partnern gegenüber entsprechend aggressiv. Wenn die Nachfragen kommen, warum bist du denn eine Stunde im Bad? Ja, kann ich hier nicht noch mal im Bad hier mal in Ruhe sein oder so? Ja, also da wird dann immer in Gegenangriff übergegangen. Weil es ist ja ein extrem schambehaftetes Thema. Ja, da möchte man ja gar nicht so wahnsinnig viel Preis geben, weil man weiß es ja manchmal schon, aber Süchte gehen ja damit einher, dass sie oftmals auch blind sind, also blind machen für die Betroffenen über Jahre hinweg, die sagen, ah, das war das letzte Mal oder das macht doch jeder oder ja, im Bordell. Es sind halt nur Freier und Prostituierte, da geht halt jeder hin, aber es geht halt nicht jeder dorthin. Und genauso in der Pornografie, wenn man sich die Zahlen anschaut, glaubt man ja auch, dass es jeder macht. Also es gibt Studien, da hat man die Kontrollgruppe nicht mehr gefunden. Also man hat keine mehr gefunden, die nicht gucken. Ja, deswegen konnten bestimmte Studien schon nicht mehr durchgeführt werden. Das erst mal zu den quantitativen Veränderungen. Ich sehe aber auch qualitative Veränderungen. Das heißt, das, was wir uns anschauen und die Art von Sexualität, die wir da sehen, verändert unsere sexuellen Skripte. Was früher Hardcore war, das ist heute Blümchen-Sex. Ich sehe diese ganzen Paraphilien, also außergewöhnliche sexuelle Vorliegen, das ist mittlerweile Kulturgut, der ist heute nicht voyeuristisch unterwegs. Und auch der Exhibitionist, der steht vielleicht noch selten an der Parkecke und macht seinen Trendspot aus, aber ich habe das sehr viel im Online-Bereich, also sehr viel Exhibitionismus, auch sprachlicher Exhibitionismus und gucken, wie die im Social-Media-Bereich darauf reagieren. Fetische, ja, das ist doch heutzutage schon Fetisch-Partys, werden zelebriert. Man findet, die abenteuerlichsten Fetische ist ja auch erstmal nice, ist aber eine zwanghafte Fixierung. Und wenn man den in der Partnerschaft entwickelt, und es gibt pornoinduzierte Fetische, wenn ich immer wieder einen neutralen Reiz koppel mit einer sexuellen starken Reaktion, bin ich irgendwann gekoppelt an diesen Reiz. Die gängigen sind ja Lackräder und Spitze, das kriegt man doch irgendwie unter beim Partner. Aber wenn es Koprophagie ist oder irgendwelche außergewöhnlichen Sachen, dann sind die Partner nicht immer dabei. Und manchmal ist es dann halt so stark, dass man ohne diesen Reiz gar nicht mehr kann. Und das führt natürlich dann auch zu partnerschaftlichen Schwierigkeiten, weil der Partner sich nicht mehr gesehen fühlt, der sagt, hey, ich bin doch jetzt, ich bin nicht nur der, weiß ich nicht, die Straps-Lady oder sowas, ich möchte auch als Person gesehen werden, auch an der Sexualität. Oder BDSM, der Shades of Grey. Ich meine, jeder ist so ein bisschen im Sadomaso und Devout und Dominant und man spielt damit. Das ist auch erstmal nicht schlecht, aber ich sehe, dass diese Veränderungen immer extremer werden und dass sich sexuelle Skripte verändern. Genauso wie zum Beispiel früher, also bei mir war es schon super cool, wenn man sich die Unterschenkel rasiert hat. Und wenn ich die Scham rasiert hätte, hätten alle geguckt in der Dusche. Und heute gucken alle, wenn man einen Busch hat. Was ist denn da los? Die hat ja doch Schamhaare. Die hat wahrscheinlich keinen Sex mehr oder so. Man verändert auch die Nachfrage. Analsex ist Deutschland sehr anal fixiert. Vielleicht sind wir so ordentlich und zwanghaft und haben irgendwie eine globalisierte gesellschaftliche anale Krise. Aber Analsex wird nachgefragt, selbst schon beim ersten Mal. Und das liegt natürlich daran, dass das, was wir uns anschauen, und ich meine, wir wissen ja, dass das gefankt ist. Aber wenn ich es mir immer wieder anschaue, dann denke ich mir, ohne tatsächlich praktische Erfahrungen zu haben, vielleicht ist das dann vielleicht doch ganz wichtig, dass ich das kann oder nachfrage oder so. Und irgendwann möchte man das auch, wenn man eine Dosissteigerung hat oder wenn man sagt, nee, nur vaginal reicht mir nicht. Und dann führt das natürlich auch zum Leistungsstress. Ich finde, in Pornos kommen die Frauen schlecht weg, aber die Männer auch. Also beide finde ich irgendwie ein bisschen deppert von diesen ganzen Szenen. Aber man sieht immer Penisse, die stehen. Man sieht immer Frauen, die willig sind. Und das macht natürlich auch etwas mit unseren Geschlechterrollen. Und man kann darüber diskutieren. Ich kann natürlich als Frau auch in der Männerposition mir Pornos anschauen. Oder als Betrachter. Und nicht das, was ich mir anschaue, möchte ich auch erleben. Aber es verändert sukzessive unsere sexuellen Skripte, unser Können und Wollen. Nun, das ist etwas, was in der Bevölkerung oftmals gar nicht so klar ist. Aber was natürlich, wenn man das über die Zeit, und wir sind jetzt ja im Smartphone unterwegs, wo man es wirklich allseits abrufen kann, stellt man immer mehr fest, auch das Fetische zunehmen oder eben solche Paraphilien zunehmen. Dann das vierte, der vierte große Bereich ist, Paarbeziehungen verändern sich. Der Treuebegriff ist unverständlicher als je zuvor. Wenn ich frage, vor 20 Jahren, und wie seid ihr so treu? Ja, ja, wir sind uns treu. Heutzutage muss man schon mehr nachfragen. Also wenn ich jetzt mit dir zusammen bin, dann könntest du eigentlich dein Tinder-Profil auch mal löschen. Oder, nee, nicht nur stilllegen, löschen. Oder, ja, also, darf ich einen geheimen E-Mail-Account haben? Darf ich am Facebook auch ein Sexting machen mit jemandem? Ist es dann schon fremdgehen, wenn ich mir Pornos anschaue? Aber es könnte durchaus fremdgehen sein, wenn ich mir sehr viel Pornos anschaue und dafür nicht die Kinder vernünftig versorge oder mit dem Partner nicht mehr schlafe. Also wir haben durch diese vielen, vielen Neuerungen, die ja auch erstmal eine totale Befreiung sind, auch natürlich Schwierigkeiten in Partnerbeschafften. Die Themen drehen sich immer mehr ums Smartphone oder um Konflikte auch. Das kann, darf man den Partner reinschauen lassen. Also es ist hoch Sicherheitstrag, so ein Smartphone. Ja, mittlerweile kann man das ja auch mit Gesichtserkennung und so recht safe machen. Aber wenn der Partner auf einmal dann doch hinterguckt, das kann zu Erdbeben, also Tsunami-Wellen in der Beziehung führen, wenn man einmal die Gelegenheit hat, nachts in eine andere schläft und hat nicht den Code eingegeben, mal sich die Sachen anzuschauen, die WhatsApp-Verläufe. Also der Begriff der Treue verändert sich auch immer mehr, nicht vom ich bin dir treu hinzu, ich bin mir selber treu. Safe kommt auch aus dem Bereich der Sucht. Das sind Merkmal, wo man aufmerksam werden muss. S steht für Secret, also wenn ich nur alles mache, was geheim ist. Es darf niemand wissen, doppel leben. Es darf niemand, immer wenn die Tür zugeht, dann mache ich das. Ansonsten habe ich die reine weiße Weste und bin noch ein ganz anderer. A ist Abusive im Sinne von missbräuchlich. Da kann man anderen gegenüber missbräuchlich sein. Also da ist man in der Pornografie und Prostitution sehr schnell dabei. Also das ist wahrscheinlich nicht jeder freiwillig am Start, der da, das ist auch oftmals Missbrauchsmaterial oder eben auch bei der Prostitution, auch selbst in so Hochglanz-Paradise-Geschichten wie in Stuttgart, wird halt doch die ein oder andere vielleicht nicht ganz freiwillig dort am Start sein. Aber auch sich selbst missbräuchlich. Missbräuchlich, also diejenigen, die halt nicht mehr ausstellen können und sagen, ich vergewaltige mich am Laptop immer wieder selber, sind sich selbst gegenüber missbräuchlich. F steht für Feeling. Der klassische Süchtige, der sein Handy nicht ausstellen kann, geht von schlechten Gefühlen weg. Der Nichtsüchtige geht zu guten Gefühlen hin. Ich kann ein schönes Glas Wein trinken zum Essen und das richtig gut genießen. Ich kann aber auch mir erstmal eine Flasche Dornkat reinziehen, damit ich den Tag vergesse. Und der typische Sexsüchtige konsumiert, um vielleicht nicht darüber nachzudenken, dass er irgendwie im Job nicht performt oder dass er irgendwie von seinem Vater nicht so geliebt wurde, wie dann der Bruder oder dass man bestimmte, oder Langeweile oder eben. Also weg von was Schlechten, was man nicht haben will. Also typisch für Sucht, das grenzt sich ab zu dem, der hingeht zu was Gutem. Und E ist empty, das heißt ohne Beziehungskorrelation. Also im Geheimen, ich weiß noch nicht mal den Namen, ich agiere hier und da muss ich sehen, dass ich das Feld wieder verlasse. Also wenn da ein paar von diesen Kriterien zutreffen, dann sollte man zumindest mal über sein eigenes Verhalten nachdenken. Was kann man denn tun auf der therapeutischen Seite? Das Erste, was die Leute machen, ist, wenn die irgendwelche sexuellen Funktionsstörungen oder so haben. Es gibt mittlerweile viele Berichte im Internet. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber es gibt natürlich auch Bücher wie Porno und Sexot. Es gibt diese No-Fat-Community in Amerika, die helfen, dass man weniger Porno schaut oder es ganz sein lässt und auch weniger masturbiert. Nämlich, damit man wieder sensibel wird für partnerschaftliche Reize, so eine Art Fastenhilfe. So wie wir das jetzt heute, ist ja Aschermittwoch, wir fangen jetzt wieder an. Sechs Wochen haben wir vor uns, jeder hat sich was vorgenommen. Ja, irgendwie weniger Schokolade, aber manchmal ist es Amazon-Fasten, manchmal ist es Porno-Fasten oder so. Ja, man fastet ja heute in unterschiedlicher Art und Weise oder nicht mehr so viele Sachen kaufen, lieber bei Ebay verkaufen, die Frauen shoppen. Also das Erste ist, Wissen ist wichtig, damit ich verstehe, wie mein Belohnungssystem funktioniert. Und dass es so etwas gibt wie zwanghafte sexuelle Störungen und das kriegen die Leute im Internet oftmals hin und manchmal wissen die Kinder mehr darüber als die Eltern, weil die mehr darüber lesen und bei den Eltern ist es tabuisiert. Da wird halt nicht mehr drüber gesprochen, wenn man 20 oder 40 Jahre zusammen ist, spricht man solche Sachen gar nicht mehr an. Dann gibt es so Basic-Tools aus dem Verhaltenstherapeutischen, aber da muss man halt immer gegen den Strich gehen. Also man kann natürlich sagen, es ist schlecht, Laptop in den öffentlichen Bereich mit dem Monitor zu dem Akteur hingewendet. Alle, also Filter rein. Wenn du diesen Impuls hast, dann hast du mindestens fünf Sachen, die du machen kannst. Du kannst unter die kalte Dusche gehen, du kannst joggen gehen, du verlässt den Raum, du rufst einen Freund an und so weiter. Das sind erstmal so Basic-Tools, die man machen kann. Alle Kontakte zu Prostituierten und Casual-Sex-Leuten löschen. Alle Videos, die du rausgesucht hast, alles mal raushauen. Solche Sachen, das sind erstmal so der ABC-Plan, was man gleich am Anfang machen kann. Reboot. Es gibt diese NoFat-Community, ich baue jetzt gerade so ein Portal auf, das heißt Reboot.me. Da ist erst ein Forum gerade live geschaltet und da kommt ein Trainingsprogramm. Wie kann man 30 Tage einfach schaffen, mal nicht Superreize zu konsumieren, mal runterzufahren. So wie den Computer auszuschalten, dann laufen die Programme auch wieder. Wir kennen das vom Essen. Wenn ich mal sechs Wochen keine Süßigkeiten gegessen habe, keine Fertigprodukte, keinen Geschmacksverstärker, keine Farbstoffe, künstlichen Aromen, dann schmeckt ein Apfel richtig gut. So ähnlich funktioniert das auch in der Sexualität. Wenn ich nämlich runterfahre, dann werde ich wieder sensitiv, rezeptiv und dann schmecken auf einmal partnerschaftliche Reize. Ganz gut, weil wir sehen uns ja nicht nur nach Aufregung, Abenteuer, sondern wir sehen uns ja auch nach Bindung und Liebe. So, das ist diese Reboot. Das ist schon so ein Trend, der kommt aus Amerika und wir gucken auch sehr viel. Man muss den Partner einbeziehen. Also in dem Moment, wo es aufliegt, ist der natürlich auch schon leidvoll, seit Jahren und manchmal seit Jahrzehnten inklusive der Kinder, mit indirekt getroffen. Und man muss den Partnern auch nicht immer gleich eine Co-Abhängigkeit unterstellen. Aber, weil es so schambehaftet ist, oftmals wirklich die Doppelleben sind so gut geschützt, dass man nicht unbedingt einfach Fingerpointing sagen kann, der wollte es ja einfach oder er wollte es ja einfach nicht wissen, hat ja einfach nicht hingeguckt. Und ja, es gibt natürlich viele Sachen, wo auch Partner und Kinder in Kontakt kommen. Also wie viele Kinder erwischen die Eltern beim Masturbieren vor Pornos. Ich habe gar keinen Fall, da hat die Tochter ein neues Smartphone gekriegt. Und der Vater hat sich verabschiedet zum Mittagsschlaf. Und da hat die Mutter gesagt, mach doch mal ein Foto, wie Papa schlägt. Er ist hingegangen, hat die Tür aufgemacht und hat gedrückt, ja, jetzt hat er nicht geschlafen. Das hat dann doch zu turbulenten Aktionen geführt in der Familie. Oder wenn Kinder auf Toilette gehen und sagen, oh Gott, was höre ich denn da oder was sehe ich denn da? Ja, schnell wieder ins Kinderzimmer. So wird nicht drüber gesprochen oder so. Auch Kinder kommen ganz viel in Kontakt mit diesem Phänomen. Und da wird dann halt nicht mit dem Partner drüber gesprochen, weil man auch gar nicht weiß, wie man damit umgehen kann. So, dadurch, dass die Sexualität im Bereich der unbewussten Anteile liegt, arbeite ich mit meinen Patienten hypnotherapeutisch und habe so eine sehr komplexe, strukturierte Hypnose entwickelt, die ich mittlerweile in dieser Milden-Erwachsen-Gesellschaft unterrichte. Und das ist, ich habe sehr kognitive Patienten, ich habe Privatpatienten, meistens in gehobenen Positionen, die zu mir kommen. Und natürlich, wenn man einen Kontrollverlust hat, möchte man nicht mit Hypnose arbeiten. Das ist ja nochmal ein doppelter Kontrollverlust, was da ist. Deswegen arbeite ich mit denen hochgradig strukturiert. Ich erkläre denen das genau und ich will immer weniger als Therapeut wie meine Patienten. Also müssen die sich auch, die müssen sich erstmal bewähren für die Hypnose. Ich sage nicht, jeder kann das. Ich mache dann immer solche Tests mit denen erstmal. Handwachstum und so idiomotorische Tests, um zu gucken, ob können die visualisieren, können die sich was vorstellen. Denn die müssen auch vorher in eine Abstinenz gehen und die müssen mir genaue Ziele, was wollen die mit der Hypnose. Und dann kommen die immer und sagen, ich will es weg haben. Ich will es in den Griff kriegen. Das ist Kognition. Das ist keine guten Ziele. Also Vermeidungsziele, damit arbeiten wir überhaupt nicht. Also zwischen befreien und frei sein ist ein Riesenunterschied. Die wollen immer befreit sein, aber da ist das Gefängnis noch mit drin und es ist eine Verneinung mit drin. Und die unbewussten Anteile kennen keine Verneinung. Und da laufen immer Bilder die ganze Zeit. Deswegen arbeite ich auch in der Hypnose mit diesen Bildern und kann die erstmal Anstrengungsziele formulieren. Und diese Anstrengungsziele ist, wohin wollen sie denn? Wenn das weg ist, ja was wollen sie denn dann? Was für ein Gefühl ist denn das dann? Die Ziele müssen groß genug sein, die müssen alleine erreichbar sein. Gerade in der Sexualität baut man gerne den Partner mit ein. Gar nicht gut. Also alleine erreichbar, groß genug, konkret groß genug, dass man sie auch treffen kann. Also nicht so kleine Ziele und nicht so viele, da verliert man sich. Und da arbeite ich mit denen lange. Ich mache Future Pacing, ich lasse die schon mal in diesen Zustand hineingehen. Ich lasse die so Keysätze sagen, die machen sie. Und wenn sie sich so eine Gebetskette holen, dann machen sie immer schon diese Keysätze. Schon mal so als kleine Vorübung vorher. Mache auch schon so Selbsthypnoseübungen im Vorfeld. Und dann lasse ich die abstinent sein. So wie bei der Raucherempfüllung. Die kommen auch am dritten Tag, wenn der Nikotinlevel am niedrigsten ist. Also einer, der kommt und die Zigarette ausmacht, sagt, die Mail vermacht. Der geht gleich wieder nach Hause. Genauso wie einer, der die Nacht vorher bei einer Prostituierten war und Kokain genommen hat. Da hilft keine Hypnose. Na da, gar nicht. Also die müssen sich erstmal qualifizieren dafür. So, dann ist das eine hochstrukturierte Hypnose, die ich denen auch genau erkläre. Nämlich, dieses Ziel wird an eine Metaphorik gekoppelt, die die im Körper spüren. Die holen dennoch so ein Krafttier dazu. Und ich gehe in diese innere Kinderhaltung, ich gehe in die Vergangenheit zurück. Weil irgendwoher kommt dieses schlechte Gefühl. Und die ganzen Inhalte, die die Patienten mit den Bildern, mit denen ich arbeite, das kommt alles von den Patienten. Ich mache keine Visualisierungsbilder, die von mir kommen. Und das wird als eigen wahrgenommen. Und es ist ganz wichtig, dass man diese innere Kindheilung macht. Und da kommen ganz abenteuerlich Geschichten, die dann, also da fangen die an zu weinen. Und da erzählen die mir, dass sie eingenäßt haben als Kind. Oder irgendwelche Sachen, die die nie mit ihrer Symptomatik in Verbindung gesehen hätten. Und ich heile dieses Kind. Ich entschuldige die Eltern. Ich installiere neue Eltern. Bis dieses Kind rundum zufrieden ist. Und ich frage immer wieder, wie fühlt sich das Kind? Ja, mit sechs oder sieben. Und am Ende mache ich so eine Integration. Ich lasse die dann auch den Schoß nehmen. Gehe in so einen Dialog. Und mache diese Integration, dass sie es ganz fest an ihr Herz dran drücken. Und so weiter. Dass sie auffasst, dass es dem Kind immer gut geht. Stefanie Stahl macht das auf eine andere Art. Und weiß ich, ich mache es hypnotherapeutisch. Das geht super schnell und sehr, sehr nachhaltig auch. Und dann arbeite ich mit inneren Widersachern. So Teile arbeite ich. Ich arbeite mit diesen Saboteuren. Obwohl ich es mir vorgenommen habe, ich schaffe es nicht. Die machen einen Strich durch die Rechnung. Die müssen wir integrieren. Die müssen wir uns anschauen. Die müssen wir visualisieren. Ich kenne das auch aus der Verhaltenstherapie. Dass ich sage, wie die Angst, wie sieht sie aus? Wo wäre sie im Raum? Welche Farbe und so? Genauso hole ich den Saboteur raus. Verhandeln mit dem. Dass der mit von der Partie ist bei der Problemlösung. So und dann gibt es noch diverse andere Metaphorik. So das ist so eine Kette. Ich mache das mittlerweile in der Milton-Eriksen-Gesellschaft und auch in der IGST, Internationale Gesellschaft für Systemische Therapie, biete ich diese Kurse an. Zumindest sind das zwei Tageskurse, wo man wirklich Learning by Doing Stufe für Stufe die Sachen durchmacht. Aber bei allen Verhaltenssüchten funktioniert es sehr schnell, das Gefühl der Patienten umzuswitchen. Das ist keine Wunderwaffe per se. Aber die Leute kommen. Und das Erste ist, denen erst mal das Selbstwertgefühl wieder. Die kommen meistens total in einem schlechten Zustand. Das Erste ist, ich rede mit denen wie mit ganz normalen Leuten. Ich nehme auch das schlechte Gewissen. Ich versuche erst mal an Ressourcen anzukuppeln. Ich versuche denen auch das schlechte Gewissen erst mal abzubauen und zu sagen, hey, das ist eine Erkrankung. Und dann mache ich erst mal Psycho-Edukation. Ich arbeite dann zielorientiert. Und ich mache ab. Das ist eine Sitzung. Und die bringt oftmals wirklich, die dreht das dann. Die gehen raus und sagen, was war das? Was habe ich da alles gesehen? Ich lasse dann auch noch, was die da so gesehen haben. Ich kriege eine Aufgabe, dass sie sich dann noch so einen Anker holen, was sie so in der Tasche mit sich rumtragen. Und dann merken wir und sagen, wow, das war aber interessant. Was, zwei Stunden? Zweieinhalb haben wir jetzt schon gearbeitet? Das habe ich jetzt gar nicht irgendwie gemerkt. Und dann merkt man, es dreht sich. Und die fangen an, nach Lösungen zu suchen. Und die Lösungen haben nicht wir Therapeuten. Die haben die Patienten. Und das muss für die Sinn machen. Das kann man nicht juristisch nachher einklagen. Ist es so? Hat es was mit dem Vater zu tun? Die müssen das spüren, dass es damit was zu tun hat. Weil dann gehen die in so eine Art Suchprogramm für Lösungen. Und das bringt, sagen wir mal, es ist wichtig, finde man muss jetzt diese Verhaltenssüchte so zunehmen. Man muss was, die Leute, genau wie bei der E, die wollen ja auch nicht nur 100 Gramm abnehmen. Die wollen am Anfang drei Kilo weg haben, damit die motiviert sind. Genauso ist das auch da, die wollen merken, hier verändert sich was. Und ich kann das spüren. Und da kann Hypnotherapie sehr hilfreich sein. Wer da Lust hat mitzumachen, kann man sich wahrscheinlich noch ganz gut anmelden. Und dann haben wir die Hilfsgruppen, meistens sind die Leute sehr, sehr isoliert. Wir haben die anonymen Sexsüchtigen, wir haben die SLA, Sex and Love Addicted Anonymus. Ich arbeite mehr mit den ASlern zusammen. Die sind sehr strikt. Das hört sich auch so ein bisschen religiös an. Für die Leute, die nicht religiös sind, wie höhere Macht oder so. Die Abgabe, ja, wir sind machtlos oder so. Ich sage immer, streichen Sie das Religiöse weg. Das ist nach den zwölf Schritten arbeiten. Es ist wichtig, sich mal auszutauschen, einen Sponsor zu kriegen, regelmäßig an dem Thema dran zu bleiben und aus der Isolation rauszutreten. Das sind oftmals die ersten Freunde, die sie wieder haben. Die ersten sagen, Mensch, hier geht man wertschätzend mit um. Ich kann mich hier zeigen, ich kann darüber reden, ohne dass ich gleich eins mit der Bratpfanne über den Kopf kriege. Das ist schon sehr angenehm. Psychotherapie, ich habe den Eindruck, viele Therapeuten sind nicht gut qualifiziert, weil die gar nicht wissen, was es alles gibt. Das heißt, da sollte man sich gut auskennen, damit man diese Sachen auch mit den Patienten, da muss man nachfragen. Und ich gehe immer in Vorleistung. Ich frage immer ganz absurde Sachen. Und dann sagen die, nein, so schlimm ist es nicht. Und dann packen die immer gleich ganz schnell aus. Das ist wichtig, dass man nicht Hemmungen hat. Selbst als Therapeut, Soll ich es ansprechen? Natürlich spricht man es an. Und man spricht auch explizit nach Masturbationstechniken an. Und man fragt, auf welchen Portalen die unterwegs sind. Im besten Fall kennt man diese Portale, weil sonst wird man von den Klienten nicht für voll genommen. Ja, schau, ich glaube, man hat nicht was von gehört. Die Kinder ja eh nicht. Man muss sich mit der Thematik beschäftigen. Und man muss natürlich, wenn man den Leuten was wegnimmt, so wie beim Zwang, wenn man eine zwanghafte sexuelle Störung hat, dann muss man was Neues hinzutun. Weil auf einmal entsteht ja dieses Vakuum und da kommt Angst auf oder so. Und dann steht man, ich kann doch vielleicht auch noch einmal zu einer Prostituierten oder einmal noch ein Casual Sex Date oder zweimal noch Porno gucken. Das ist doch nicht so schlimm. So wichtig ist, dass man die wieder stärkt. IQ nur lernen, mal ein frisches Essen zubereiten, mal das Haus renovieren, mal was für die Kinder tun, für die Ehefrau, für den Ehepartner, was lange brav gelegen hat. Also auch im Rahmen der Wiedergutmachung Dinge tun. Und das muss man mit den Leuten ganz hart erarbeiten, dass die dann nicht die Süchte verschieben. Weil einer, der Sexsüchtig ist, der ist dann vielleicht auch schon arbeitssüchtig. Also ich habe eher die Kombination Arbeitssüchtige und Sexsüchtige bei mir, die dann also sehr professionell im Job unterwegs sind, aber auch sehr professionell im Doppelleben unterwegs sind. Und dann verschiebt sich das manchmal von dem einen Bereich in den anderen. Aber wichtig ist, die dazu anzuknüpfen, an Sachen, wo die früher halt Freude dran hatten. Das sind die Äpfel aus dem Garten meiner Mutter. So sahen die Äpfel neulich aus bei meinem Verkäufer im Schaufenster. Die sehen aber eigentlich gut aus, wie bei der Schneewittchen. Aber man hat den Eindruck, ob sie gesund sind, man weiß es nicht. Und das sind halt die sexuellen Superreize. Das sind die Äpfel an der Brust oder so. Ich sage immer, Essen und Sexualität hat ganz viele Ähnlichkeiten. Dazu möchte ich dann auch bald aufs Buffet überleiten. Aber wenn wir wissen, was uns gesund hält beim Essen, wissen wir das. Wenn wir wissen, was der Unterschied ist zwischen natürlichen Aromen und natürlichem Erdbeeraroma. Bei dem einen, es wird aus Schimmelpilze und Holzspäne hergestellt und das andere wird aus Joghurt und Erdbeeren hergestellt. Am besten, wenn wir das wissen, kaufen wir uns Joghurt und kaufen uns 500 Gramm Bio-Erdbeeren und mischen die zusammen. Da wissen wir genau was drin. Das ist also nicht ganz genau. Aber Kinder, die erst mal auf Fruchtzwerge oder auf künstliche Aromen oder auf Fertigprodukte von McDonald's eingestellt sind, die lassen den Apfel liegen. Oder die, weiß ich nicht, also Haribo Colorado oder Jelly Bellies sind halt auch irgendwie süße Früchtchen, aber sind halt Superreize in der Nahrungsmittelindustrie. Wenn ich das weiß und wir haben bei den Verhaltenssüchten eine Stoppwechselstörung im Gehirn, so ähnlich wie bei den Diabetes mellitus Typ 2, dem erworbenen Diabetes, in der Insulin Stoppwechselstörung, dann kann ich mich positionieren, kann sagen, wir wissen alle, wie das schwierig ist in der Ernährung. Wir sind jetzt gerade wieder in der Fastenzeit, nachdem wir vielleicht die Januar-Fastenzeit noch nicht ganz erfolgreich absolviert haben, haben wir jetzt nochmal eine zweite Chance vom Frühling und die ganzen Zeitungen sind voll von Diäten und wenn ich zum Rewe reinkomme, dann muss ich immer erstmal an den Gelee-Bananen vorbei und Jelly Bellies, bevor ich bei dem Obst bin. Also diese Superreize, die wirken auf uns und wenn ich halt immer nur Tiramisu esse, dann werde ich halt dick und krank. Und wenn ich immer nur Superreize, sexuelle Superreize konsumiere, werde ich halt so ein Porno- oder Sexoholik. So, dann werde ich krank in der Beziehung, krank auch im Gesundheitlichen und mit allen Folgen, die man sich so vorstellen kann. Deswegen ist es wichtig, Wissen zu haben, damit man sich positionieren kann und da kann man von der Ernährung ganz viel lernen. Das zweite ist, ich sage den Leuten immer, haltet euch rezeptiv für natürliche Reize. Im Zweifelsfall, ich meine, man kann, meinen Kindern würde ich am Anfang auch nicht sagen, such dir nicht mit 18 den Partner fürs Leben, da würde ich sagen, guck doch nochmal nach rechts und links, da findet man doch vielleicht auch noch ein bisschen was. Ja, aber mit 30 würde ich sagen, jetzt wird es ja mal Zeit, jetzt könnte man ja auch mal einen festen Partner haben. Ja, wir haben unterschiedliche Zeitspannen, aber zwischen 30 und 50, 30 und 50, da kriegen wir unsere Kinder und das wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir das mit einem Partner machen, weil das ist das bewährte Modell, wie man Kinder großkriegt. Und da braucht man auch eine Beziehungsfähigkeit und man muss sich rezeptiv halten für die fortwährend gleichen Reize des Partner. Also wenn ich das konsumiere, diese Superreize, dann stumpfe ich ab, dann esse ich halt irgendwann keinen Vollkornbrot mehr, keinen Apfel, keine Möhre, genauso werde ich dann vielleicht lustlos oder reagiere auch nicht mehr mit körperlichem Arousal. Aber wenn ich mal den Schalter ausstelle, zu beginnender Weise macht Masturbations- oder Pornofasten nicht schlank, aber wieder rezeptiv für die sensiblen Reize eines fortwährend gleichen Partners. Drum einfach mal die Schublade zulassen, Sexteil an der Seite lassen, abends nicht mehr bei den Pornos vorbeischauen und vielleicht mal irgendwann wieder schauen, ob es nicht vielleicht doch auch etwas geht, was man mit dem Partner entdecken kann. Viele der Sachen kann man ja auch gemeinsam konsumieren und genauso wie bei der Ernährung, da haben wir auch übrigens die Dreiteilung, so wie bei Fortpflanzung, Liebe und Triebe, so haben wir das Essen zum Überleben, wir haben das gemeinschaftliche Essen, wo wir frühstücken und uns unterhalten und dann haben wir dieses raptusartige, ich will diese 300 Gramm Milka-Schokolade heute einfach nur essen-Phase, das machen wir lieber so, dass da keiner zuguckt. Dann sagt man, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht dünner, ich weiß auch nicht, ich bin noch Salat oder so, aber diese Chips-Attacke am Abend oder sowas kriegt man halt nicht, so möchte ich hin. Da kann man ganz viel von der Ernährung lernen und auch, denke ich mal, man muss mit dem Partner im Diskurs kommen. Also wenn man 40 Jahre, so wie Sie zusammen sind oder ich 20 Jahre, da hat die Treue sich verändert und die Umgebung verändert sich und da verändert sich so viel, dass man immer mal wieder checken muss, ob man noch in einer Veranstaltung unterwegs ist, in einem gemeinsamen Boot. Ich glaube, dass Partnerschaften klare Grenzen brauchen, damit sie sich abgrenzen, was da draußen ist. Und diese Grenzen sind in der Kommunikation, eine bestimmte verbal und nonverbale Kommunikation. Nonverbale Sexualität, ich tausche mit meinem Partner verbal bestimmte Geheimnisse aus, die vertraue ich halt nicht dem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen an und ich habe eine gewisse Exklusivität. Auch zum Schutz, dass vielleicht nicht nur andere Kinder gezeugt werden, aber auch zum Schutz von Krankheiten. Und ich habe immer wieder ganz blöde Sachen, wo dann einer untreu war und dann irgendwo der andere dann halt irgendwelche HPV-Viren und irgendwelche Pappabstriche hat, die man nicht haben möchte, wo man sagt, wo haben wir das denn her? Und das möchte man ja, man muss ja den Partner auch schützen. Und es ist auch festzustellen, dass sexuell übertragbare Erkrankungen, also so ganz antiquarische Erkrankungen, Tripper und so viel, das nehmen wir wieder zu. Ich meine, die HIV ist hier mittlerweile behandelbar und wenn ich eine Erektrolytus-Funktion habe, dann lasse ich das Kondom vielleicht mal weg, weil sonst komme ich gar nicht zum Zuge. Und man blendet bestimmte Erkrankungen selbst in Fachkreisen aus. Ich habe auch Ärzte, die sagen, HIV habe ich getestet, ja auch den Rest, also sah ganz gesund aus. Man sieht es den Leuten nicht an, was sie haben und man hat eine Verantwortung. So, das ist das, wo ich sage, wie kann man denn eigentlich ein Sex-Gourmet werden und nicht ein Sex-Oralix. Das habe ich jetzt schon mal angedeutet. Diese drei Sachen Wissen ist eigentlich die Basis, sich zu verändern. Haltet euch rezeptiv für natürliche Reize und sprecht mit eurem Partner. Geht in den Dialog, damit ihr wisst, in welcher Veranstaltung ihr seid. Ich habe dieses Buch geschrieben. Da habe ich versucht, neutral zu schreiben. Das heißt, nicht so stigmatisiert, im Sinne von, das ist alles schlecht, weil wir werden Pornografie haben. Und zwar, wir sind hier erst, wir nehmen gerade Fahrt auf. Es wird die VR-Welten mit entsprechenden Sex-Robotern, mit Artificial Intelligence, das wird alles kommen. Das wird immer maßgeschneiderte auf Reizreaktionsmodi geben und es wird den Markt geben und es wird diesen Absatz geben. Wir sind hier gerade, wir nehmen Fahrt auf, das wird weitergehen und wir können darüber lange diskutieren. Ich denke, das ist auch sinnig, also man muss die Kinder, denke ich mal, ganz wichtig, man muss die genauso informieren darüber wie beim Alkohol, da sagen wir, hey, ich trinke keinen Alkohol, Kinder ist nicht gut für alle. Alkohol ist nicht gut für Kinder. Bei Pornos, dann spielen wir mit dem Deku, das, was ich nicht sehe, ich bin versteckt, ja, das, ich bin versteckt, wie so ein Dreijähriges. So machen das die Eltern, ja, Smartphone, das hat doch jeder, ja, wird schon, jetzt über die Pornografie, man wird ja auch beim Partner schon nicht gesprochen, und wieso sollte man mit den Kindern sprechen und die Grundschullehrer sind überfordert, aber in Amerika wird das schon als gesundheitliche Health Crisis gesehen und mit entsprechenden Maßnahmen auch versehen, also es ist schon ein Thema, was vulnerable ist, was aber viel zu wenig diskutiert wird. Ich habe es versucht neutral zu beschreiben, auch ein bisschen, manche lustige Episoden mit eingefügt, ich habe ein bisschen was von mir auch eingefügt, ich habe aber im Prinzip diese gesamten Veränderungen, aber auch aus klinischer Sicht und was man dagegen tun kann, ist in meinem Buch mit drin, ich baue dieses Reboot-Me-Portal gerade auf, das ist ein Projekt, was ich 2019 vorantreiben will mit diesem Trainingsprogramm, das Leute es schaffen, darüber zu reflektieren und ein bisschen, sagen wir mal, dieses einfach mal wieder runterfahren, so wie wir den Computer runterfahren, ich mache so eine Detox-Woche auf, Söth, die jetzt, das Ende ist nicht, also es ist eine Woche, 16.06. vielleicht es gibt noch ein Plätze frei, vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich mal ressourcenorientiert auszurichten und ich mache diese Hypnose-Workshops, im Juli bin ich da in Tübingen bei Professor Revensdorf, ich mache jetzt schon in der MEG-Jahrestagung, einen Vortrag und auch einen kleinen Workshop, aber das sind so zweitägige Workshops in der IGST, bei Professor Klement in Heidelberg im November, sodass einfach immer mehr Leute auch wieder ein Tool zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie auch den Klienten etwas anbieten können, was einen Unterschied macht, außer zu sagen, oh ja, das tut ihr nicht gut, lassen Sie es mal, aber das können die Leute nicht, deswegen müssen wir etwas entwickeln, weiterentwickeln, dass wir den Menschen, die auf dieser Reise unterwegs sind und nicht alle sind schwarz oder weiß, viele sind in diesen Graustufen unterwegs, dass wir da etwas anzubieten haben. Also ich möchte ganz gerne schließen mit Max Frisch, mit einem Spruch, das war alles noch vor dem Internet-Area, die meisten verwechselnd dabei sein, mit erleben. Ja, man kann viele Fotos schießen, man kann viele Sachen in Social Media reinmachen, man kann innerlich gekündigt in der Partnerschaft lesen. Ich merke es bei den Paaren, die ich habe, wenn der Partner einfach mal den Stecker auszieht, dass sie wieder viel rezeptiver und sinnlicher werden, auch in der Partnerschaft, die sagen, wow, ich habe auf einmal wieder Gespräche, die kommen wieder ran, ich merke, ich habe einen Resonanzkörper mir gegenüber. Auch bei den Klienten, die merken, der Kopf wird auf einmal wieder frei, man ist viel rezeptiver und dieses Dabeisein und Erleben spielt in Zeiten der digitalen Transformation eine zunehmende Rolle und da finde ich den Max Frisch E. gut als Autor, einer meiner Lieblingsautoren, hatte das schon richtig gut erkannt, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Vielen Dank. Vielen Dank.